In einer dunklen und stürmischen Nacht heulte der Wind, als würden die Seelen auf dem Grund des Ozeans schreien. Im Jahr 1641 segelte der furchtlose Kapitän Henrik van der Decken in der Nähe des Cups der Guten Hoffnung im südlichsten Teil Afrikas. Sein Schiff wurde als fliegender Holländer bekannt und berühmt. Die Flying Dutchman war als das größte und schnellste Handelsschiff der niederländischen Ostindien Company bekannt. Die Kapitän van der Decken war der entschlossener Mann, der davon besessen war, das Cup in einem einzigen Versuch zu umrunden, egal wie. Die Flying Dutchman war mit vielen Gewürzen aus Jakarta zurückgekehrt. In dieser unheilvollen Nacht durchschlug ein Blitz die Dunkelheit und es regnete unaufhörlich, als ob eine zweite Flut bevorstünde. Das Meer tobte und seine riesigen Wellen drohten das Schiff und alle darauf befindlichen Personen zu verschlingen. Von Minute zu Minute wurde der Sturm schlimmer und die verängstigten Seeleute baten den Kapitän in einem Hafen Schutz zu suchen, bis der Sturm vorüber war. Doch van der Decken hörte nicht auf sie. Von seiner Besessenheit geblendet, ergriff er das Ruder des Schiffs und schrie trotzig in den Himmel, Ich werde mich diesem Sturm stellen, selbst wenn ich bis zum jüngsten Tag weitersegeln muss. Er wusste nicht, dass der Schöpfer selbst seine trotzigen Worte hören würde und einen Engel schickte, um sich zu rächen. Der Engel schlug wie ein Blitz in das Deck des Schiffs ein und sagte mit lauter Stimme, So sei es, du wirst bis ans Ende der Zeit über die Meere segeln und verflucht sein, niemals einen Hafen oder Frieden zu finden. Seit diesem schrecklichen Tag sind der fliegende Holländer und seine Besatzung für immer auf den sieben Weltmeeren gestrandet. Als furchterregendes Geisterschiff. Das Schiff wurde zu einer morbiden und verfluchten Vision, die ein geisterhaftes Leuchten ausstrahlen und deren Besatzung aus Seelen bestand, die verflucht waren, dem Kapitän auf seiner endlosen Reise zu folgen. Man sagt, dass jemand, der den fliegenden Holländer auf hoher See sieht, sofort stirbt. Wenn das verfluchte Schiff auftaucht, kommt es zu Schiffsunglücken, Stürmen und Todesfällen. Abergläubische Seeleute bekommen Angst, wenn sie den Namen fliegender Holländer hören. Also, Freunde, wenn ihr auf dunkler See unterwegs seid und dem schaurigen Schein des fliegenden Holländes begegnet, betet, dass euer Schicksal noch nicht entschieden ist. Das Auffinden des Schiffes ist ein Zeichen von Unglück. Und die Legende des fliegenden Holländers ist eine düstere Erinnerung daran, dass man gegen die Natur und das Schicksal nicht ankommen kann. Musik 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 Vielen Dank.